Wir sind die Kerzen aus Ludwigs Lust und wir machen Popmusik. Unser Debütalbum wird True Love heißen und am 28. Juni erscheinen. Auf dem Album sind auf jeden Fall viele Songs mit richtig viel Emotions und Songs, die auf jeden Fall auch Kraft geben. Es ist natürlich gut sich bei der GEMA anzumelden, um irgendwie ein bisschen Kohle für seine Musik zu kriegen. Und ich finde schön, dass es ein Verein ist, bei dem man auch tatsächlich sozusagen die Möglichkeit hat, ein aktives Mitglied zu sein. Und dass es nicht irgendeine Institution ist, die von oben herab sozusagen irgendwie alles macht. Vielen Dank.